Resonant Evil We took refuge inside a castle, but I've just been separated from Baby Eagle Bruce, you're breaking up. Do you read me? Damn it! There's so much for that Egooool, soo Forellenbarsch Forellenbarsch Glaubt, mehr gab's nicht, oder? Riesenkäfer Hi! Da ist er! Ja, das war jetzt aber reiner Zufall, dass ich den finde Und warte, hier gab's noch irgendwo... ...ein Nest Zerkratzt das Malack Aber ich glaube, ich habe kein, äh, Schatz Lässt sich sicher verkaufen Ja, okay, aber der ist halt der... Die Hefte des Preises ist weg Ja, ich glaube, jetzt kommt dieser Raum, wo ich da... Ja, da... Ja, klar habe ich einen rough day Every day Also, was heißt every day? Äh, konstant hier Willkommen Ich habe etwas Neues für dich, Mann Ich werde fast alles kaufen Juwelen, okay Muss ich sogar verkaufen Riesenkäfer 10.000, äh, das ist, das ist gut Äh, den muss ich einsetzen Ich, äh, da, den kann ich da so verkaufen Okay, äh, Stiebelmesser Ja Oh, das Kraut Meine ich ja 32 32 Now we have it, baby There are some things, money can't So, which weapon will you be given a shine to? Give us a shout, you good is new Good luck to you, stranger Erhöht die Durchschnittskraft auf 5 Ziele, okay Okay Munitionskapazität Ist vielleicht nicht schlecht Behöht die Fahrrad auf das Doppelte Das, das ist zum Beispiel ein Upgrade, wo ich sage Äh, yes Behöht die Angesfahrt auf das Doppelte Das, das ist glaube ich ein Upgrade, wo ich sage, ja Weil das Messer Würde ich schon gern behalten Auch wenn ich das Unendlichkeitsmesser habe Das ist glaube ich dann Nur, mhm Aber das, äh, ich hab das Ich muss es ja nicht kaufen, ne Stimmt's Well, we've given this one all we have to give Ja, also auf jeden Fall, dass das Messer Äh, wichtig vom Leder zieht So 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 Okay, alles klar Wenn das voll ist, dann beginne ich tatsächlich mit showing Mit Weil Mit Mit herstellen ja ist es mir das wert oder mache ich lieber das ich mache einmal das hier war once in a lifetime können wir das ja mal machen das verbraucht ja nicht so viel platz dann habe ich die fische verkauft das ist zum heilen das blöde ist halt also es macht jetzt damage aber das problem ist halt die durability ist halt immer noch da so habe ich noch irgendetwas was ich verkaufe ja die keller städte die 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 wird Das wird noch mit der... Wollt das alles dann? Ich habe noch ein paar neue Items, die dich interessiert werden. Ja, aber jetzt werden wir von mir. Das ist in deinem Schrank oder dein Leben. Ein einfacher Wahl, man. Ja, und das sind die ganzen Waffen, die ich da kaufe. Pride Gun, Broken Butterfly, Kampfmesser. Ja, das ist alte Zielführung. Oh nein. Ah, aber die ist ja voll, die kann nur sieben Schuss. Ja, dann will ich noch mal gucken, ob ich vielleicht doch auch verbessern kann, aber ich glaube nicht. Noch neun. Das wäre jetzt nur zwei Kugeln, ja? Ah, aber wie gesagt, die Killer7, das ist die Beste. Dieses Kind der Arbeit ist über den Kampf, irgendwann. Schnell Zugriff, ich würde sie da hinsetzen. Ja, und dann habe ich nur zwei. Auf jeden Fall. Das ist schon mal, das ist schon mal etwas. Ja, dann haben wir sie trotzdem ein bisschen aufgerübscht. So. Ja, dann steilen wir schon mal. Das gefällt mir. So, davon haben wir genug. Davon nicht. Davon. Davon. Das müsste eigentlich funktionieren. So. Was kriegen wir hier? Schießpolver? Oh, habe ich erst nur zwei. Okay. Ja, jetzt kommt der Raum. Oh. 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 Oh, das ist lockert. too. Oh, das ist jetzt jetzt. Das ist nicht gut. Eh, das ist nicht gut. Das ist ... das. Darin habe ich natürlich nicht gedacht. Ich muss mal hier kurz durch. Danke, danke. Danke, danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. 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 ан Kindheit. Danke. G Messer. I'm up. I'm up! I'm gonna get it off. I'm going to不 Ah! Okay, das war relativ okay. So, jetzt wollen wir mal ganz in Ruhe gucken, was es hier so gibt. Aber den Typen, da muss man eigentlich sofort hin. Und eigentlich muss man hier sofort weg, aber ich will ja gerne unbedingt noch immer die ganzen Schätze hier haben. Ziemlich viel da mit rumgespielt. Ah, Milzkubin. So, dann nochmal hier gucken. Guck mal, hier gibt's noch was. Aber das ist überwiegend nur Geld, Geld, Geld. Ich hab irgendwo Gunpowder vergessen. Shit. Gunpowder könnte ich jetzt gut gebrauchen. Für definitiv jetzt. Das ist also das. Das ist also das. Die Str": Das ist schon nicht. Das ist schon nicht. ach nee das ist tatsächlich hier am durchgang habe ich den schon recht gut bearbeitet ja keine blöden kanaten zu haben bei den aziz das ist schon no good Da muss Ashley teilweise durch. Ich weiß nicht, ob wir dann hier zurückkommen. Ah, this room. This fucking room. Oder? Ist jetzt nur ein Durchgang, ne? Okay, jetzt kommt erst mal das. Okay. You can stop right there, Leon. Wouldn't make me use this, would you? Well, after six years, that is one hell of a greeting, Ada. You don't seem surprised. Interesting. Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Leave the girl. She's lost no matter what. You walk away now. And who knows. Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? Ich gewöhn mich echt dran. Last person I thought I'd run to here. Okay. So, first of all. Yo! Endlich! Can I use the phone, baby? Just a bag. Yes. Where was... Oh. There is something. Extravagante Uhr. Bonus! Oh, 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 oh. Nee. Okay. Ich sag mal so, ne? Wir können's hier nochmal... Ist das mehr? Die 2000, ne? Ja. Okay. Dann war das das hier. Bam! Hier war eins. Da war eins. Und das war's, glaube ich, ne? Nee, da ist noch eins. Genau. So. Okay. Puzzle guard. Haha! Should do it. Okay. Mal gucken. Alright. Need to find Ashley. Oh, great. Mal gucken. Kleiner Schlüssel. Also, unfassbar, wie oft ich kleine Schlüssel hab. Wollen wir mal gucken. So. Christ! Ich nehme den. Lass es. Lass es. Fall! aber heftig das wie viel wie viel schuss die aushalten ah this thing that thing man welcome what can I interest you in your valuables won't do you much good in the grave good luck to you stranger crossing your T's dotting your eyes that's the way to be try that on for size well what can I do you yeah that's what I would like to know that's what I would like to know these curious So, weil ich ein bisschen overprepared bin, mache ich mir ein bisschen Dingens Munition. Das sieht sehr wenig aus, aber das müsste gehen. An sich gar nicht mal übel, wenn ich bedenke, wie viel ich gebraucht habe. So, wer ist das? So, wer ist das? So. Oh, 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 oh. Keep coming. Oh, 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 hey. Oh, oh, oh. Ich bin ein Kranischer, aber ich bin ein Kranischer. Habe ich die Ruhe? Ja die halten eigentlich nix aus Ja ich möchte gerne die Sektion hier überschrecken So wo war das nochmal? Ja da war es okay da war es Ja 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 Das war natürlich bescheuert Nicht gut Okay jetzt weiß ich aber wo die Stelle ist She said meeting you once was enough Ja 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 Ich bin Ja 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 Och, Mann, dass ich immer so lang brauche, finde ich total. Boah, ich hab's fast. Leute, ich brauch ein bisschen Ruhe. Ja, jetzt kannst du mir gestohlen bleiben. Zumindest ich meine Blend-Gonade hab, Mann. All right. All right. All right. All right. Hey, ich mag mir jetzt putzen. Ah! Oh, oh, oh. Ah, ich glaube, da muss ich hoch. Geht's nicht anders, aber ich bin zumindest ja hier durch. Jetzt kommt der Penner. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Das war jetzt nur Item, okay, alles klar. Hallo, was wärst du? Keiner? Ja. Was ist das? Aua Tschüss Okay, das ist langsam echt serious Tschüss Tschüss Tschüssi Tschüssi Schön, dass ihr alle zu mir kamst. Ist doch schön. Ich glaube ein paar Gegner habe ich hier noch gelassen oder? Genau. Ach du interessiert mich hier im Dreck. Entschuldigung, ich habe meine Fülle gehabt. Wir kommen jetzt zum Schaß. Ashley, wo bist du? Wo bist du Ashley? Okay, wenn ich gleich da diesen Typen komme, den Merchants, dann würde ich schon einmal noch mal... Ja, aber wir haben es schon mal geschafft. Das ist doch mal an sich... Ja, okay, ich habe ein paar Anläufe gebraucht jetzt. Ich werde zurück. Ich werde mich wieder schüttern. Ich bin so schüttern. Wenn das passiert... Ich war nicht mehr selber. Ich war etwas anderes. Ich bin so schüttern. Ich weiß. Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so schüttern. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wir müssen weitergehen. Wir werden das verletzieren. Wir werden das verletzieren. Ich weiß nicht, ob ich kann. Du kannst. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht. Leona. Danke. Jep. Das war doch recht schnell. Ja, neue Genauigkeit. Ja, neue Zeit. Das ist klar. Ein Tod, klar. Ja, das ist... Ja, ich weiß auch nicht, wo die... Ich weiß auch nicht, wo die... die Popper ist. Aber das ist mir sche egal, weil... das Messer ist echt gut. Ich weiß nicht. Luis, wo du bist? Entschuldigung, ich... habe mich verletziert. Komm zu mir, Prinz Charming. Ich zeige dir, Charming. Ich zeige dir, Charming. Komm schon. Ich bin in der Ballroom. Ich bin in der Ballroom. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Relativ. Ich kann nicht glauben, diesen Mann. Abfall. Da ist ne Wuterkann. We can't just leave him, right? Detektiv. Ja, ja, ja. Ah... Gibt's hier noch etwas? Gibt's hier noch etwas? oder da gibt nur meine maximale gesundheit aber ich habe platz ich weiß nicht wozu es hier noch mal eine schreibmaschine gibt es ist glaube ich nur damit du hier noch mal was raus holst ist er um die ecke ist er hier um die ecke wuuhh, ah, jetzt sprechen wir davon habe ich gesprochen und dann geht es schon direkt von daher, oh wat naja ok dann ja wegen wahrscheinlich wegen den eigenständigen Einstellungen und so ok ja ja save often, save early so oft speichern wie es geht Moment mir ist hier, uch, hier wird es windig, ich muss mal kurz hier was machen ok Leute dann wollen wir mal das Maze angehen dafür wollte ich jetzt keine Flashbang aufbauen aufbauen Moment können wir ja schon machen ich glaube das haben schon manche probiert ne das wäre viel zu einfach das wäre viel zu einfach das wäre viel zu einfach als es gibt guck mal, weil wenn du auf etwas ziehen könntest, ja dann würde es ja, äh, so dann wird das Visier ja ein bisschen dicker dann könntest du ja tatsächlich den Shit skippen aber du kannst es halt nicht du kannst es wirklich nicht aber gut, dass hier so viele Eier sind, weil wie sieht es mit meiner Energie aus ok, I take it noch eine Blankgranate so dann so 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 Ashley! You okay? Yeah. Keep your dots on a leash, people. Gibs next. Look at that. Look at that. Wir haben maximal zwei Schuss. Okay, den habe ich auch. Ja, kein Schachbrett. Moment. Wie komme ich da hin? So, da komme ich noch nicht hin. Da müssen wir so rum. Nummer drei. Aber das Maze ist tatsächlich nicht so schlimm. Ich meine, mit der Punisher hier ist es. Oh, danke. Oh, danke. Oh. Oh. Okay. Oh. Oh. Oh, das ist nice. Zwei Schuss mit der Punisher weg. Zwei Schuss mit dem weg. Was ist das? Jetzt komm. Da haben wir aber viel. Können wir ja mal machen, ne? Hier, ganz ehrlich, ich muss das mal neu anlegen. Ich muss die Blendy... Ja. Ashley! Okay! Be careful. Jetzt können wir endlich aus dieses Maze kommen. Es ist Zeit. Leon, sie sind hier! Ashley, ruf! Geh weg! Oh, ich bin blöd. Oh, ich bin blöd. Oh, komm, Schatz! Hä, wo ist der Typ? Ganz. Anytime. Ashley! Close your eyes! Ich bin blöd. Ich bin blöd, ich bin blöd. Okay. Tschüss. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Ich bin blöd. ich meine dass Ich habe ein paar rarer Dinge auf Verzahlen, Stranger. Ich kaufe fast alles. Danke. Ich habe noch einige neue Items, die du in interessiert bist. Gut ist neu. Easy work. Sad zu sagen, das ist der Ende der Straße für diese Weben. Packs upon pleasant travels. Oh, das war. Das war ja nicht schlecht. Nee, nee. Also die Hundi ist... Back, back, back. Malra muss hier sein. Malra muss hier sein. Malra. Malra. Ich habe etwas Neues für dich, Mann. Hm, schaue dich selbst, Stranger. Ja. Hm, ich habe noch nicht den Würfel. Wann kriege ich den Würfel? Wann kriege ich den Würfel? Malra. 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 Das war's für heute. Da war was, da war was, da war was. Hier war noch was. Ja, genau. Genau. War der da hinten noch? Ach ja. Okay, und dann weiß ich ja, wo die anderen zwei sind. Hier warten. Also hier ist dann einer. Ah. die lösung kenne ich ja noch da war ein ich wollte mich jetzt nicht hin da eigentlich nur aber das bringt mir nichts okay ich weiß dass sie okay hier sitzen wir aus und ich hier das ist jetzt richtig glaube ich muss hier ja mit dem blödchen war das mit dem ich habe hier nichts mehr verloren ja der nächste ist dort dann hätten wir das hey leon there's some armor bet you could use it like a bulletproof best little old fashion for my taste too bad i think you'd also pretty dashing blenden munition war noch nicht so schlimm okay 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 wo ist der letzte ich weiß es nicht mehr so jetzt langsam so stoff nochmal so stoff anstatt powder eine blende habe ich wo wir können nichts herstellen ich hätte es auch bewahren soll okay so ja 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 Okay. Come on. Try it there. Try it there. Try it there. Try it. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, ja, hier kriege ich es. Ich glaube, ich glaube, ich habe nichts mehr gelassen. Oh, doch. Oh, das war's für heute. 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 Nope. Das habe ich echt scheiße getimed. Was ist das? Das sollte gut sein. Watch out! Oh, Herr, we're going to die. Out of the way. Out of the way. Ja, also an sich hätte ich das nicht machen müssen, aber ich gehe noch lieber hier rum und hol mir die Items. Lieber eine Schwede-Granate nochmal. Man weiß ja nie. Blendy. Brustoff. Also die Strike erhilft mir verdammt viel aus. Stimmt, da gab es noch einen Schatz, den ich unbedingt haben will. Oh, gelber Diamant. Naja, ob es das wert war? Keine Ahnung. Aber ich meine, man landet dann hier und dann muss man nochmal da hoch und dann nochmal runter. Genau, dann können wir da nochmal hoch. Da gibt es ja auch noch was. Aber wie man den überspringt halt, ne? Das ist lustig, dass es den nicht gibt. Also, vor allen Dingen, du triffst ja auch das blaue Medaillon. Das ist einfach nur, wenn du keinen Bock auf diesen Raum hast. Aber ich hatte Lust auf diese ganzen Items hier. Blendys haben und so weiter und so fort. Aber ja, ja. Ich glaube, bei meinem nächsten Playthrough, da gehe ich einfach nur da hin und, äh, Celebi. So, diesmal weiß ich Bescheid. Mein Job ist gut gemacht, er verdient ist in Wettbewerb. Ich habe eine Belektion von guten Dingen auf Verkaufs, stranger. Plätsch. Äh, stimmt. Ich kann ja das einsetzen. Redelschalen. Zwei Farbenbonus. Höh, habe ich das, das? Stress. Ich würde mal sagen... Willkommen. Was können wir tauschen? Wir lieben unsere Herzen. Helam. Haha, du kannst nicht falsch mit dem. Oh, ich wusste, du würdest diesen. Hehehe. Ich kaufe fast alles. Oh, das habe ich. Das kann ich ja nicht mehr einsetzen, ne? Oh, ich schade. Da warte ich noch mal mit. Wie sieht das aus? Ah, ich habe noch drei Heilsprays und einmal komplett Heilung. Das sieht an sich doch ziemlich gut aus. Ja, das ist jetzt eine kleine Rückgewinnung, weil das Ding ist, äh, ich habe jetzt den Würfel und ich benutze mal alle Schätze. Okay, das ist alles. Okay, das ist es. Äh, gibt's hier nichts. Oh, der Waterroom. Da habe ich tatsächlich noch was liegen lassen? Da habe ich tatsächlich noch was liegen lassen? Ah, da will ich ja hin, zu dem Platz. Der Waterroom hat noch... Ich habe extra jetzt sehr schön mal mitgenommen, damit ich mal... Ich wollte eigentlich nur das holen, Leute, hey! Ashley, komm! Oh, Ashley! Oh, Ashley! Du bist richtig? Ja, ich bin gut. Ja! Komm, Ashley! Komm! 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 Ah. Shit! Where are you going? Where are you going? Leo, watch out! Where are you going? Keep coming. Oh, shit. Ah. Close your eyes. Where are you going? No. Oh, man. Oh, man. No! Oh, man. Oh, man. Lena! Gib mir schon einen guten Ball! Leon, du bist verletzt! Ich bin alles klar. Nicht zufrieden. ich wusste dass ich sterben werde aber trotzdem das war noch nicht mehr ich habe zwei blendys das müsste reichen nee ich geh genug dann fahren wir zurück wir sind hier oh break's over on welcome what can i interest you in ruby's all rubbish it makes no difference the price well that's our choice to make a deal well struck ich kann noch etwas bei dir kaufen außer nur rohstoff nichts Next time buy something, eh? Leon, die Städte! Bleib zurück! Ruhig, jetzt! Ruhig! I won't run. Wait for me, Leon. I won't run. Jop, jetzt sind wir bei der... Ashley-Sequenz! Kann ich aber ganz schnell überspringen, weil ich die Uhrzeit weiß. Die gilt aber nur für... Leicht und mittel. Ich glaube, auf schwer ist die anders. Ist das eine Uhrzeit? Äh, warte! Oder war das 15? Oder war das 3 nach? 4 nach? 4 nach! Wie gesagt, man müsste eigentlich nur mal ganz rum. Hier kann man auch noch mal mit Leon hin. Hier ist ja noch mal ein Special Boss. Ich bin fertig mit Armour. Ich bin fertig mit Armour. Ich bin fertig mit Armour! Okay. Ja, hier passiert schon nix. Wir sind ja alarm wie sonst was. Genau. Und der erwacht zum Leben. Das ist ja alles selber runter, ey. Das finde ich lustig. Was ist das denn? Ah, ich glaube ja. Das war das. Nee. Ach nee, shit. Musste ich doch noch mal tauschen. Nein, nein, egal. Sodom war es. Sodom! Ich glaube, auf Veteranen ist das eine ganz andere Uhrzeit. Nochmal. Warum die das gemacht haben, weiß ich nicht. Nein, nein, nicht raus. Schau, ich habe nichts davon gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht. Okay. Good night. Warte und bleib still! Goodbye! Scheiße! Scheiße! Ich hätte rechts rum Ich hätte rechts rum für die Buben Damn it! Ja, okay, Ashley Wo ist der Scheiß? Oh, bin ich komplett falsch rumgelaufen? Ich muss hier lang Haha Ich muss hier lang Ich bin fast da 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 Ashley! Das wäre der Kapitel. Ach so, ich habe einmal, okay. Ja, wir sind einmal gestorben, das ist neu. Ja, sehr schnell, getötet Gegner. Schaden ist auch neu. Ja, generell besser. Das war noch mit dem Maze, Alter. Das ist Hammer. Ja, Kapitel 10. Das ist schon... Das ist schon das? Okay. Okay, wir haben noch 17 Minuten. Let's see what we make. Natürlich Krabber betont, die Ada. Also, was ist von der Amber geworden? Entschuldigung, noch nichts. Aber mein kleiner Helfer ist, dass die Komotionen sehr gut ist. Alles wird gut funktionieren. Als lange du kannst, dass du dein Hund unter Kontrollen kannst. Er ist ein guter Junge. Predictable. Okay. Sie sieht es natürlich. Leon? Changed your mind yet? Ada? Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting is tough, huh? Hey, Ada! Ada! Perfekt. Same as ever. Ah... Ja, ich habe echt wenig... ...und im ganzen Shit. Ich war irgendwo noch die Ratte, das weiß ich. Ich glaub, die war hier. Ja... Ja... ...ja... ...ja... Wie schön er das feiert. Ich könnte jetzt darunter mit ihm kämpfen, aber das... ...will ich nicht unbedingt. Ah, guck dir das mal an. Stimmt. Das letzte Mal, glaub ich. Ne, das vorletzte Mal. Na na na, jopp. Goldlux. Ja, genau, hier ist ja die Lore. Ne, vier nach elf. Ah ja, stimmt. Da war das ja mit dem Schlüssel. Boah. Ja, ich hätte eigentlich nach hinten gehen können und paar Schätze holen können, aber... ...hab ich halt nicht gemacht. Ja. Ja, mit vier geht's weiter, ne? Einfach speichern, weil wir's können. Ah ne, hier geht's nicht weiter. Ah, hätte ich nicht speichern brauchen. Dann geben wir mal ab. Ah, ich sehe, dass du eine Reaktion gemacht hast. Haha, gut gemacht. Du hast dir selbst bewertetert. Du hast ein paar rare Dinge auf Verzahlen, Stranger. Das kann besser, um überprepared zu sein. Am ich richtig? Moment. Moment. Die Katze kann man... ...besetzen? Medellinstein? Wow. Kann man besetzen, Medellinstein? 40.000. Willkommen. Willkommen. Das nenne ich doch mal... ...Ruby's all rubbish. She makes no difference. The front. Ah. I'll buy it at a hive. Don't get yourself killed now. Haha. So. 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 Got a selection of good things on sale, Stranger. Moulding a weapon to see... There you are. Okay. As you wished. Try that on for size. This kind of work is about finesse, Stranger. Little bit goes a long way. Where would it? What can come back? Any... Ich meine ja, dafür bräuchte ich jetzt nicht unbedingt... Time. Dafür bräuchte ich jetzt nicht unbedingt... Ähm... Jetzt nimm... Jetzt nimm... feel the benefit. Come to exchange... Try to exchange... ...touchen können wir halt... Wie's nur aussieht... ...0000000000000000000000000000000000000000000000000000. Ich warte noch. Deine Verwertungen machen dir nicht viel gut in der Graf. Nächste Mal, ach was, oder? Einmal durch die Gegend laufen... Hey! Sexy! Einmal durch die Gegend laufen... Einfach abhauen. Ich weiß nicht wo der ist. Ja komm, lass mich mal. Aus hier habe ich absolut keinen Bock. Oh, das ist nett. Neun Stück. Nee. Wie schön, dass ich hier noch Ruhe habe. Gewissermaßen. Ah, das ist ein Loch. Wohl die zwei. Wie war das? Am besten ich mach das da zuerst. Okay, hier we gooo. Let's gooo. Ja, ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich alle malen. Ah, für sowas habe ich hier an die Weste. Oh, leck mich. Oh, leck mich. Come on, come on, come on. Du weißt, der Kacke. Ja? 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 Ja, wie kam ich da nochmal hin? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, da hin. Alter, ich hab dich mit der Striker. Ach du auch. Ja. Ach du ja. Ach du decиз Been Δung. Clyde gegen Todorian. Ach du das. Ach duplomst convegst Bolivar. Ach du ender pension, die ich für mich bin. Und get out of here, man, Alter, weil jetzt kommt der Scheiß, jetzt kommt der beknackste Scheiß von allem. Komme ich da nochmal hin? Ja, toll, ich bin weg. Ach, komm! Ah! Ah, ich hab mich jetzt ablenken lassen von dem Scheiß. Ah, Schatz und so. Ah! Ah! Ah, war das Shit! Hm. Ah, okay. Wir haben von hinten halt eine sehr gute... Angriffsradius, ey, das ist hässlich. Ja, das, was ich vorhin hinbekommen habe, das fand ich besser. Also... So, was war... So, was war... Landgranaten brauche ich nicht. Ufff! Ich mach's lieber doch erstmal hier. Ich glaube, das ist so eine bessere Routine. Gut, dass ich da ein Fenster hab. Vorsichtshalber schonmal. Weil die zählen einfach viel ab, die Penner. Ah, nee, okay. Alter! Ich will doch nur hier hoch! Ja, wir haben's gleich geschafft. Also so andersrum ist besser. Oh, come on! Oh, Mr. Kennedy. Ja, das habe ich gleich genugiéster. Ich sag ja, ich krieg genug. Oh, 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 oh. Was ist da mir hier? Puh, was ich jetzt brauche? Blendies? Blendies, ne? Blendies werden ich gleich nochmal. Ah, ich krieg gleich eine Blendie. Ich brauche eigentlich Gewehrmunition. Das ist jetzt der schlimmste Raum ever. Oh, 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 oh. Oh, mein Gott. Oh, 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 oh. Zabandola! Oh Gott! Gotcha. Das ist alles kacke, wie ich das mache. Das ist alles kacke. 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 Das war natürlich einmal richtig scheiße. Aber... Okay. Das war... Das ist alles kacke. Ashley! 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 Das ist alles kacke. Hey! 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 das war nix da komme ich doch hey ich muss da hier muss ich durch ok na los kommen come on baby let go warte das war jetzt nur so 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 ja die halten mich nur auf und 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 ich bin ja nicht so gut mit dem parry jetzt bin ich einmal rumgelaufen wegen dem geld geht er jetzt nicht zurück und 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 Die Kräuun, Baby! Kräuun! Ah, das ist ein Nocass. Das ist ein Nocass. Das ist Nocass, Mann! Das ist ein Nocass. Wo ist das Klaut? Ach, Mann! Wie krieg ich so viel zu tun, wo ist das Klaut? Was ist hier passiert? Alles, was ich brauche, ist hier. Ja, und das ist dann der Fight. Ja, Moin! Verkaufen! Was bekommst du? Du bist nicht weg! Nicht viel! Nicht viel, Mann! Ich weiß nicht, ob ich noch so viele Edelsteine bekomme. Ruby ist alles Müll, sie macht keinen Unterschied. Der Preis, Stranger! Oh, ich bekomme eine schöne Pfanne für das. Wird das alles? Ich weiß nicht, was er hat. Wird das alles. Wird das alles, was er verdient. Wird das alles. Any time Welcome If you want a fighting chance, we're starting to get an idea of your tastes, friend Okay Wilde, what pleasant Die Waffe werden wir nehmen, weil ich werde nicht diesen Skipper umgekaufen wollen Willkommen Kaufen nochmal That cash in your pocket, better to be over prepared Am I right? Don't get yourself killed Willkommen 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 Dann vergesse ich das Oh, aber danke Pleasanten So Nun aber Leute So meine Damen und Herren Das wär's mit Part 3 der Playstation Das war der vierte Part zu unserer Playstation von Resident Evil 4 Remake Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, genauso wie mir Wir sind Wir sind An sich relativ gut durchgekommen Klar, ich musste paar mal sterben Bei diesen Scheißkäfern Aber Wir haben's souverän geklärt Relativ Wie wir Wie wir So gut wie wir konnten Den einen Skip Ja, den hätte ich auch besser machen können Aber Erstmal wissen, wo man wieder zielen muss halt Ne Also es ist Ist ja das erste Mal Das ich jetzt mache Ähm Muss ich mir aber halt viel wie gesagt ein bisschen merken Weil bei der Hektik da, wenn die Gegner da unten kommen und so Ja Ja, wir haben ein paar Schätze genommen Mit Ashley war das ziemlich schnell Ähm Ansonsten würde ich sagen, das war Ziemlich okay Mal gucken, wie wir im nächsten Part uns gegen den Widogo hier stellen werden Und ich glaube wir werden auch schon Salazar machen Und ansonsten würde ich sagen Ähm Ja Dann werden wir uns noch gewisse Sachen holen Denke ich mal Weil wir sind ja auch bald durch damit Und Ja Dann würde ich sagen Ich bin die Karin des Game Stage 5 Und wir sehen und hören uns Wenn es heißt Ja, ich denke mal wir werden schon Salazar in den Arsch treten Ähm Ja Alles klar Weingehauen Und hoch den Daumen